Stratus, der aufklappbaren Karosserie, Nachwirkung eines deutschen Stratus und Dan Larsen trägt die Nummer 2, das heißt er ist aktueller Vizemeister und wo steht er in diesem Jahr? Aktuell auf Platz 3. Der Tom Bethelhoff Funny Car Championship ist noch nicht entschieden. Mit Dan Larsen auf der 1.2 mit 26 Punkte, dann ist es der Nuller, der 2.2 und Arte, der 1.2. Es wird sehr schön sein, es wird heute Abend und wir haben uns jetzt die Räsel zu entscheiden. Wir werden die Räsel zu entscheiden, wir werden die Räsel zu machen und wir werden das Jahr weiter machen. Aber wir werden die Räsel zu machen, das wird jetzt wieder ein paar andere Räsel zu haben. Auch in der Kurverwahl haben wir Jao Kutnjemi aus Finnland mit dem Dodge Charger. Seine persönliche Bestzeit liegt bei 5,79. Dan Larsens persönliche Bestzeit liegt bei 5,79.